Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern Die Lügen, die ihr überall verbreitet, auch in Deutschland Früher war's der Al-Qaida-Clan und Mujahedin Heute sieht man, wie sie mit den Läufen auf die Russen zielen Wie es heute ist, war nicht unser Wille, ehrlich Eure Propaganda macht die Lage brandgefährlich Ob Zeitung oder MTV, sie lügen nur, um uns zu lenken Schüren durch die Hasskampagne feinen Bilder in unserem Denken Ihr seid sinnbefreit und schreit uns Hetze ins Gesicht Und diffamiert doch sofort jeden, der euch widerspricht Denkt ihr wirklich, dass die ganze Menschheit keinen Plan hat? Schämt euch, die Meinungsfreiheit war mal euer Vater Wir haben euch vertraut, doch jetzt verschwindet dieses Bild Von dem Spiegel bis zur Bild, im Geiste wie dasselbe Kind Ihr vergesst wohl euren Auftrag Als vierte Macht mit Stimme, aber kein Problem Ich helfe euch auf die Sprünge Ich erzähl's euch nochmal, wartet kurz Es fing an mit ner Trennung durch ne Stadt hindurch Mitten auf nem Straßenzug Für euch ist die kalte Fede immer interessant gewesen Um Militärausgaben weiter anzuheben Denn jetzt gab es einen Gegner fürs Kämpfen Man wollte sich mit neuen Kriegsgeräten abschrecken Überheblicher Westen, wollte überall global sein Gründete den Pfarreien und zündelte seit Tag 1 Und was danach folgt Um Musladeck heraus aus dem Iran zu bomben Um an das Öl heranzukommen Man setzt einen Diktator ein, der Schaar war ein schlechter Als Dank dafür fließt Öl wieder schön am US-Markt Und dann zogt ihr wie die Heuschrecken weiter Denn ihr wusstet, Saddam Hussein hilft euch gerne weiter Weil ihm Iran Khomeini siegt Doch anstatt das Land zu lassen, unterstützt ihr dann Saddam bei seinem nächsten Krieg So habt ihr Waffen an den Irak geliefert Womit man dann die Menschen noch mit Giftgas bekriegt hat 750.000 Tod in der Schlacht Und ihr habt gewusst, was Hussein da macht Sie sind frei, die Akten In den Atskern fiel im Nachbarland der Russe ein Ab jetzt waren Islamisten nicht mehr totgeweiht Ihr tauscht dann einfach mal Freunde gegen Feind Heute sehen wir ein, es wird später häufiger so sein Läuft bei den States, alles läuft nach Plan Jetzt muss der nächste Herr halten Al-Qaida-Staat Dann habt ihr Bin Laden geholfen, dem saudischen Soldat Und dem so gut ihr konntet seine Ausbildung bezahlt Dass er auf die Roten schießt, es ging nicht um Demokratie Sondern dass der Sowjet nie den Einfluss und den Rohstoff kriegt Erinnert euch, denn den Terror habt ihr mit ernährt Den Mujahedin zu helfen war euch ein paar Mille wert Ihr gebt Unterstützung bis am Ende dann der Russe flieht Doch seit dem Sieg der Gotteskrieger hinterließ man Schutt für sie Der Erfolg war da, denn mit einem Haufen Geld schaffte man den Sieg Aber danach war man aus der Welt Ihr habt nichts mehr aufgebaut, was letztlich nur noch Staub war Und was macht ihr als Dank dafür? Ihr haut ab, gebt schon wieder euren Kämpfern einen Laufpass Später flogen Flugzeuge zu euch Richtung Hauptstadt Aber da kommen wir noch lang nicht an Denn da waren noch viele andere dran Tja, so kennt man euch Der Rest von eurem Kontinent war das Team Hofftet insgeheim, ihr werdet Weltbeherrscher im Spiel Aber nicht jeder Staat zieht mit Also kam euch die Idee, dass ihr dorthin einfach Wirtschaftssoldaten schickt Sie haben gelogen mit bewussten Falschprognosen Auf diese Weise kamen sie zu jedem Schatz im Boden Sie sollten Schulden für Projekte rankarren Zu dieser Zeit wusste man, sie konnten die Schulden nicht zahlen Das war der Preis Geld, Geschäfte, Korruption So konnte man sowieso alles aus dem Boden holen Mit den Programmen Milliarden eingefahren Blind, weil auch IWF und Weltbank zur Seite starren Seltsam, keiner ahnt, das sind Teile eines Plans Schulden hier, Schulden da Die Staaten, die jetzt pleite waren Sind sie mal nicht reingefallen, dann gab es ja noch Mord Und wo jemand nicht folgte, knallte es sofort Was habt ihr denn sonst in Gute-Maler-Gemacht? Weil der Präsident Abends nicht alles tat, was man sagt Ihr macht ihn platt und helft ihm mit der Fruit Company Und macht so allen klar, was in Zukunft geschieht Ihr sagtet dadurch, das geschieht mit Feinden von uns Denn Feinde von uns, wir kommen einfach manchmal um Yeah, es gefiel euch wie ein Cowboy durch die Welt zu reiten Ihr wolltet unbedingt der Welt eure Stärke zeigen Hitmen rein, hitmen raus, weil gefüllte Konten Jeden Start bankrotten, der Arme trägt die Kosten Wie oft habt ihr Terroristen mitfinanziert? Weil ihr wusstet, jemand lässt sich von euch nicht korrumpieren Dann vernichtet man doch schnell einen gewählten Präsident Ja, die Mafia CIA, regelt das dann schnell Das Öl ist euer Treibstoff für die Hetzjagd Unterstützt auch Diktatoren, wenn man so mit ihnen ins Geschäft kam Ihr legt euch in Saudi-Arabien ins Zeug Und so wurde es der allerbeste Freund Jack Corp, jeder weiß, die Saudis sind Tyrannen mit Checks Misshandeln das Recht und werden von den Staaten gedeckt Händchen halten, spürzieren gehen Küsschen geben, feucht und nice Damit wollten sie zeigen, was Freundschaft heißt Das Morden geht noch weiter Salvador Allende Project Fubel brachte je Sende Kiss den Start sagt später, nein, wir killten nicht selbst Doch wir destabilisierten mit Einfluss und Geld Yeah, dann geht die Geschichte weiter mit Koks Verstecktes Business mit einem Namen flog Kokain in den Plains von den CIA Sie verfrachteten die Tonnen, bequem in die States Doch manchmal ging ein Flug nicht gut, aber man vertuschte gut Damals guckte nicht die Masse über YouTube zu In Panama hattet ihr einen Fuß drin Doch Kato und Torichos machten dort ihr eigenes Ding Und sie haben Verträge ausgemacht Was für ein harter Korb Terrorcamps geschlossen und auch den Kanal verloren Und Bechtel Group am Werk, CIA muss her Flugzeugabsturz ist bis heute noch immer nicht geklärt Auch Thomas Sankara hat euer Spiel nicht mitgemacht Darum wurde er zum nächsten Todeslistenkandidat Kurz nach seiner großen Rede war sein Sack schon maßgeschneidert Verfolgen wir die Blutspuren in Asien weiter Wo es drei Millionen Tote Vietnamesen gab Man macht ne Force Flag Attacke ins Geschehen Eintrat Monsanto und auch die Bayer AG waren am Start Agent Orange setzt ein Zeichen hegemonial Million vernichtet, Mist gebildet Die Chemie hat ganze Generationen vergiftet Doch 89 gab's ne Revolution Die Mauer und auch der eiserne Vorhang gehen zu Boden Das waren die Kriege, die ganzen Kriege Wisst ihr noch damals? Panama, Guatemala, Chile, Nicaragua Der erste und zweite Golfkrieg Und wie sie alle hießen auf dem Weg bis ganz nach oben Und ich hab so viel gar nicht erwähnt Was ist mit Indonesien, Haiti, Kambodscha, Libyen, Kuba oder Kongo Was ist mit der Schweinebucht, Radio-Geheimarmeen, Operation Northwoods oder Iran-Contra Wo es nicht nur um Waffen, sondern auch um jede Menge Kokain ging Das war die Geschichte Und jetzt kommt das Finale Hör zu, yeah Weil man es nicht unterrichtet, sind die Strophen da Widerlich, Geschichtsunterricht, der gelogen war Es darf niemand wissen, doch das hier ist die Wahrheit Und sie ist der größte Staatsfeind, unfassbar Braucht ihr Manipulation, gibt für euren Krieg die Presse Schreiben Journalisten Texte, durch die nur die Fing-Tank sprechen Es ist an der Zeit, offene Fragen anzusprechen Nach diesem Track sieht man die Fassade langsam brechen Kleines Mädchen lügt wie gedruckt Wissentlich, zweiter Golfkrieg braucht einen Grund Kriegseintritt, die Brutkastenlüge will den Geschichtsbüchern stehen Als PR-Kampagne, die euch half, in Krieg einzutreten, yeah Jetzt kann man mal wieder halt die Toten zählen Doch die Kriegsverbrechen sollte man nicht groß erwähnen Schon geschehen, so geht's auch in Jugoslawien weiter In diesen Krieg zog man ohne UN-Mandat Einfach, wie ihr es nennen wollt, humaner Krieg Aber wie man es auch nennen kann, NATO-Krieg, Angriffskrieg Ich habe so viele Fragen wie auch die Opfer Wie war das mit dem Uran in diesem Krieg? Noch mal, 2001 im September passiert Passagierjets, die die States attackieren WTC an Visier, dieser Schlag, er brennt sich bei allen, die es sehen, ins Gehirn Vier der Maschinen okkupiert und zwei Trafenwolkenkratzer Die komplett bis auf Schutt in sich zusammenfallen Fast keiner weiß, es geht ein Tritter nach unten Ohne Flugzeugeinschlag und nur in paar Sekunden War selbst noch ein Junge, aber später, dann als ich Merkte an Gebäude 7 stinkt was gewaltig Lass ich viele Quellen und offizielle Untersuchungen Musste dann die hunderten Fragen, die mich jucken stellen Es ist kill is more, dann geh und liest doch den Commission Report Nicht mal ein Wort zu Gebäude 7, was mich gewundert hat Die BBC hat schon berichtet, noch bevor der Tower überhaupt nach unten kam Als Reaktion bombardiert man dann Afghanistan Auch wenn keiner von den Tätern ein Afghane war Sondern die meisten aus der Ecke von den Saudis kamen Wie euer Kumpel, den ihr damals schon beauftragt habt Ihr macht der Welt so klar, ihr seid hier die Polizei Bloß geheim, dass dieser Krieg verbunden mit nem Rohstoff sei Was ist schon ein Krieg, um die Barrels abzuholen? Wer rechnet schon Verdienst gegen Menschenleben hoch? Später präsentiert man im Irak den Massenschlechter Doch man weiß, dass Bilder von Vernichtungswaffen klar gefest waren Dennoch folgt die Bombardierung des Irak Die Toten steigen dadurch auf ne Million Zahl Late und Kritiker, hör zu, kritisieren ist ja gut Aber Fakten über diese Dinge findest du genug Erinnert euch zurück, es war 2011 Gaddafi wird aus seinem Land gesprengt In Libyen Gegen Assad hilft man den Feinden mit Geld Und auch Waffen für den Fight der Rebellen In Syrien Das ist nicht lustig, weil Terror ein Produkt ist Krieg ist Anfang und kein Schlussstrich Dann ist dies, ist entstanden Nur dass ihr Bescheid wisst, die Deutung so erinnert Schnell wer Freund oder Feind ist Mal bekämpft man selbst und mal hilft man beim Terror treiben Einen Teil des Problems haben sie selbst gezeichnet Ich hab jetzt alles mal Revue passieren lassen Die Konsequenz ist nur, wir dürfen niemand hassen Sie sind nicht rückgängig zu machen, die Fehler Wir wollen Peace, Weltfrieden jeder Ich mach das hier nicht nur für mich, sondern jeden Mensch Ich mach das für die Erde, die ums Überleben kämpft Für Meinungen, die von Medien unterdrückt waren Weil man so oft bei diesen Themen nur ein Stück sah Für die Staaten, wo Leute für ihre Rechte kämpfen Für Russland, wo genauso viele Menschen kämpfen Für Europa, seit 60 Jahren die schwerste Zeit Für die Zukunft, sie darf nicht noch Schwerzer sein Israel und Palästina, endlich einmal Frieden Menschheit, wann beenden wir die Kriege? Für meine Kinder, den ich später mal erwidern kann Ihr Vater war im Widerstand Wir müssen die Vergangenheit verstehen, um aus ihr zu lernen Bevor die Geschichte sich wiederholt Der Imperialismus läutet das finale Endspiel um die Welt ein Und der Mittelpunkt im Spiel ist jetzt die Ukraine Globales Kräfte messen, Messer wetzen Wenn Interessen aufeinander preschen Wird die Welt an die Grenze des Abgrunds getrieben Sukzessive, wenn die Mächte Menschen auf Menschen hetzen Mit Ängsten entfesselt durch viele subversive Pressetexte, wo sie die Verbrechen decken Und lächeln Flächenbrände anzetteln Machen gute Miene zu jedem Gemetzel des Westens Und dessen Interessen währenddessen Sie kräftig gegen Putin schießen Es ist kein Zufall, wie in Breschingskis Buch beschrieben Denn die Vorherrschaft am Kontinent wird an dem Punkt entschieden Von Maidan über Odessa in Richtung Junta Kiew Tun als hieße das nicht, dass sie mit unserer Zukunft spielen Doch man hört immer nur von Abkommen unterzeichnen Und niemals von Milliarden Dollar scheinen, um den Putsch zu kriegen Man liest immer nur von Annexion in Zeitungen Der Pfad von ihrer NATO-Osterweiterung wird gut verschwiegen Sie zeigen immer auf die Aggression der einen Und verharmlosen dann Faschus, deren Kleidungen die Runen ziehen zu perfide Komm, sagt mir, warum seid ihr stumm geblieben, wenn sie schreien? Sie wollen auf deutsche Russen Juden schießen Dunkle Spiele bei Faschisten ganz leise Aber gleich in der ersten Reihe bei den Hitler-Vergleichen Und ihr bejubelt diese, die zu Vernichtungen treiben Was ist, wenn wir schweigen? Lässt sich an der Geschichte aufzeigen Nicht zu begreifen, wie als die M.A. 17 Teile runterfielen Und ihr miesen Schreibtisch-Täter wollt das Toten nutzen ziehen Ohne die Beweise, geschweige denn einfach nur Indizien Und die vielen Opfer dann dem Russen in die Schuhe schieben Unbewiesen, Superspiegel, stoppt Putin jetzt Was ein Supertitel, doch nicht mit gewolltem Effekt Denn die Front ist gesteckt Und am liebsten wollt ihr uns marschieren schicken Mit den Seilen aus eurem Blut verschmierten Kuliminen Doch Widerstand beginnt sich zu formieren Weil viele nun kapieren, es sind oft lukrative Ressourcenkriege Wir können's noten, keine Zuflucht bieten Aber lass uns Krupe liegen Können wir am Blut vergießen Gut verdienen, ich hab lang genug geschwiegen Und ich lass mir nicht den Mund verbieten Egal wie viel mediale Kugeln fliegen Kämpfe für die Freiheit so lang, bis ich irgendwann in einer Grube liege Imperialismus, Ruinfried Egal wie viel mediale Kugeln Bis zum nächsten Mal.